guten morgen guten morgen ja ich glaube ist noch morgen heute geht's ab nach zürich und dann nach luzern und das heißt sie fahren erst mal wieder nach glaube ich ein oder sogar zwei jahren fast dass ich nicht schiefahren war krass und jetzt erst mal gefrühstückt hier heute so besonders gesundes frühstück hier quark mit solchen bären endlich in zürich angekommen ist schon jetzt war der 6 uhr und warten bis ich abholen werde hier warte habe ich gesagt ich bin in zürich habe ich gesagt natürlich bin in lucian jetzt angekommen muss erwarten bis abholen guten morgen wir sind gerade auf dem weg zum engelberg und es ist noch gar nicht so hell ist es erst 8 morgen und wir kommen ungefähr in einer stunde an und und dabei ist in remont stehen heute wir erwarten heute sonniges wetter und ich hoffe es macht sparen also bis dann so wir machen jetzt mittagspause und haben uns jetzt hier so eine leckere suppe geholt ja besser draußen ist einigermaßen es hat angefangen zu stürmen glaube ich aber sollte jetzt besser werden auch nicht ja und dann gehen wir auf die piste und dann mal schauen was wird so wir sind mit der gondel hochgefahren jetzt sind wir hier auf dem titel dies ist glaube ich der höchste punkt hier am engelberg und hier gibt es noch so ein skywalk auf den wir gleich gehen da hinten kommen schon die wolken also das ist jetzt ungefähr 16 Uhr also genießen wir noch den besten tag und dann alles zieht auf dem weg der tag ist endlich vorbei wir sind jetzt wieder auf dem weg zurück nach hause wir waren jetzt den ganzen tag auf dem titelis skifahren und es sind alle müde und fahren jetzt endlich nach hause und dann erst mal was zu essen wir sind heute nicht schiefahren sondern heute geht schlitten fahren wir sind dann So, wir sind jetzt wieder unten und fahren jetzt wieder zurück, die Sonne ist noch da, also wer hätte gedacht, dass heute noch die Sonne rauskommt, wo es heute Morgen schon so bewölkt war. Jetzt geht es wieder zurück und wir schauen, was es heute Abend zu essen gibt. Am Abend ist es angelangt und wir haben uns jetzt hier so eine, wie heißt das Revo? Bestellt. So viel zu essen, Jing Wings, Hähnchenkeule, alles. Hey, ich bin endlich zu Hause angekommen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und ich hoffe, euch wieder bald begrüßen zu dürfen, wenn es heißt Zurück auf Gossis Welt, bald kommt auch schon wieder ein neues Video online, also bleibt dran, abonniert mich, kommentiert fleißig und wir sehen uns bald wieder, wenn es heißt Willkommen zurück auf Gossis Welt, ciao.